Hallo, ich bin Ruderich Kiesewetter, seit 2009 direkt gewählter Abgeordneter für unseren Wahlkreis Aalen-Heidenheim und Quereinsteiger in die Politik. Denn ich war fast 30 Jahre als Soldat bei der Bundeswehr und habe mich für Sicherheit für unser Land im In- und Ausland eingesetzt. Ich bin verheiratet seit gut 30 Jahren, habe zwei Kinder und eine Enkelin. Ich bin in Schredsheim bei Ellwang aufgewachsen, also bei uns im Ländle und wohne jetzt also seit zwölf Jahren in Aalen-Unterrombach. In meiner Freizeit koche ich gerne und gehe wandern und habe Spaß bei der Gartenarbeit.